hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen video zu farm together 2 ja ich habe das spiel natürlich noch nicht durch bzw bin noch nicht auf dem max level wie ihr oben sehen könnt aber ich habe dennoch schon sehr sehr viel herausgefunden leider auch einiges negatives was jetzt in diesem zweiten teil negativ verändert worden ist und aber auch sehr viele positive sachen muss ich dazu sagen und genau über diese dinge möchte ich heute mit euch sprechen doch bevor wir uns jetzt diesen dingen zuwenden wollte ich noch mal eben einen kleinen tipp geben für diejenigen die das noch nicht im ersten teil herausgefunden haben bzw das in meinen tipps und tricks video von teil 1 noch nicht gesehen haben wenn ihr die tabtaste gedrückt halte dann erscheint dieses bild hier ich meine beim ersten teil konnte man noch einstellen dass man es ein und ausschalten kann weil wenn ich die los lasse geht die nämlich auch direkt wieder weg da muss ich noch mal schauen ob man das auch permanent einstellen kann das ist euer inventar so sieht das ganze dann aus wenn ihr nachgucken wollt welche sachen ihr bereits auf lage habt wie viel ihr auf lage habt zum beispiel wenn ihr ein haus bauen wollt oder ähnliches dann könnte hier mal kurz rein gucken und sagen okay mir fehlt da noch etwas da muss ich noch ein bisschen was nachholen ja und beim thema haus muss ich jetzt dazu sagen ihr seht dieses doch sehr schöne häuschen hier das ist leider unser einziges haus weil wenn ihr auf gut rückt und hier oben auf gebäude klickt dann seht ihr dass diese wunderschöne lange liste von dingen die wir alle nutzen konnten im ersten teil auf ein absolutes minimum heruntergebrochen ist es gibt jetzt zwei varianten entweder wurde das jetzt gemacht weil man ja entweder sich nicht so viel hat einfallen lassen oder vielleicht auch weil demnächst noch was dazu kommt vielleicht auch durch die jetzt hieß oder ähnliches ich meine die anderen häuser denke ich mal waren auch nicht alle standardmäßig dabei eventuell könnte es auch sein da könnt ihr mir gerne in die kommentare schreiben wenn ihr darüber mehr schon herausgefunden hat dass man vielleicht auch andere häuser noch bei den dorfbewohnern bekommen könnte ich weiß es nicht ich denke eher nicht aber es könnte vielleicht sein dass man da auch noch andere entwürfe bekommen könnte dass man jetzt dekorationen oder ähnliches beispielsweise bekommt da würde ich jetzt nicht die hand für ins feuer legen das könnte ich mir gut vorstellen und ich denke auch dass das ganze noch erweitert wird mit der zeit aber wir wissen ja wie ja nicht so flüssig im ersten teil über lange zeit gearbeitet worden ist und deswegen bin ich da lieber ein bisschen vorsichtig in meinen aussagen leider weiß ich auch nicht genau ob es irgendwelche seiten gibt wo man da mal mit den devs drüber sprechen könnte oder ähnliches deswegen hier mal die anregung vielleicht wisst ihr da mehr schreibt es mir gerne in die kommentare ob das hier tatsächlich alles ist oder ob da noch etwas dazu kommt was ich denke und was ich sehr sehr stark hoffe ist natürlich dass noch die als hieß dazu kommen das heißt es werden bestimmt noch wenn sie denn dazukommen viele dekorationen noch hinzukommen wahrscheinlich dann auch noch weitere tiere pflanzen und so weiter das ist auch dringend notwendig weil wenn man sich hier mal die liste ansieht das hier ist schon alles das klingt jetzt erstmal böse sage ich jetzt mal weil das ist jetzt nicht so wenig aber das ist tatsächlich schon alles was man auf die felder setzen kann und wenn man bedenkt was man alles im ersten teil hat ist das natürlich schon ein wenig ja dürftig das sind im übrigen also braucht man quasi gar nicht runter zu scrollen das sind alle bäume die wir haben können ein ganz ganz großer negativpunkt ist dass man keine geldbäume haben kann wobei die mir jetzt auch nicht so wichtig sind aber die waren halt auch immer mal ein gutes pluspunkt gerade wenn man am anfang ein bisschen leveln möchte wobei ich allerdings dazu sagen muss ich persönlich finde das ist jetzt mein eindruck dass man aber trotzdem relativ viel und relativ schnell geld machen kann im spiel ich werde dazu natürlich noch mal ein video machen wenn ich mich da so richtig hintergesetzt habe und alles bis aufs kleinste detail ausprobiert habe aber das ist jetzt so fürs erste mein eindruck was ich allerdings gar nicht nachvollziehen kann und das kann ich ja mutmaßlich nur damit entschuldigen dass die macher wahrscheinlich nicht wollten dass man ein schönes leben sage ich jetzt mal auf der farm hat und das empfinde ich als den größten negativpunkt es sind zwei negativpunkte diese gummibäumchen hießen sie glaube ich sind nicht mehr drin das heißt man kann nicht mehr automatisch edelsteine farben was ich sehr sehr als sehr sehr negativ empfinde weil man edelsteine trotzdem weiterhin für alles braucht und nochmal ein ganz ganz großer kritikpunkt es gibt keine arbeiter mehr was ich persönlich ein absolutes und ihn finde wenn wir nämlich jetzt hier rein gehen und wir gehen auf auf einstellungen und wir gehen dann hier auf so wird gespielt da kann man nämlich alles dann noch mal genau sehen kann auch noch mal die texte durchlesen von den sachen die man im endeffekt alles gemacht hat also zu dem shop zum beispiel kommen wir gleich noch mal da steht nirgendwo was von arbeitern drin hier steht was von stadtbewohnern drin in der stadt kannst du dich mit den dorfbewohnern unter mit den bewohnern unterhalten und das bringt mir natürlich nicht allzu viel sie haben immer etwas spannendes zu erzählen interessiert nicht auch relativ wenig wo sind sie jetzt hin und wieder fragen sie dich nach geld oder ressourcen und werden dir dafür eine belohnung geben das ist schon interessanter weil das sind diese quests und ja wie gesagt ich habe es noch nicht gemacht aber die belohnungen fallen sich ja auch sehr unterschiedlich aus deswegen gibt es da noch mal ein aktualisiertes video zu aber mehr kann man mit den stadtbewohnern noch nicht machen also die sind in erster linie halt für die quests da und es gibt keine arbeiter so wie es aussieht die zu einem aufs land kommen und das wiederum finde ich extremst negativ ich will das spiel jetzt nicht negativ reden ich finde es an sich trotzdem mega mega nice ich spiele es unheimlich gerne aber das finde ich halt sehr sehr negativ weil das war ja das was im endeffekt farm together ausgemacht hat dass man alles automatisieren kann und jetzt ist es halt ja nur noch nervig sage ich jetzt mal bis man die farm hochgezogen hat nervig in anführungszeichen was sehr positiv ist was noch hinzugekommen ist ist der landschaftsbau da werde ich auch gleich noch mal drauf angehen eingehen und zwar kann man die höhe des terrains ändern schrägen oder hügel hinzufügen so dass man im endeffekt solche sachen machen kann wie das wo ich jetzt hier gerade drauf stehe das wäre dann zum beispiel so eine schräge die man hinzufügen könnte es gibt verschiedene höhen ich glaube bis zu drei unterschiedlichen höhen kann man einstellen dann habe ich auch schon gesehen gibt es auch noch weitere dinge die man einstellen kann weil hier zum beispiel könnt ihr auf gelände klicken da kann man dann hier schon mal in der vorschau sehen dass es halt diese schrägen gibt und dass es diese erhöhungen gibt aber es gibt auch diese normalen rubbel wo es dann eben höher geht und ich habe hier zum beispiel auch wasser gefunden wie das im endeffekt aussieht weiß ich noch nicht ganz aber ich stelle mir das so vor wenn man zum beispiel einen eigenen strand machen möchte und dann wasser dabei und vielleicht dekoration in form von schiffchen oder irgendwas was später kommt dass man das dann eben wirklich als wasser nutzen kann was dann auch sicher ziemlich gut aussieht ja und hier seht ihr noch mal sieht dann so ein bisschen nach ein blumenfeld aus steht da ja blumenbeet steht auch da drin dann kann man sagen man kann so ein bisschen wüste machen hier habt ihr dann auch noch mal wasser drin oder halt das normale gras bei den tieren ist es ja ähnlich enttäuschend in anführungszeichen auf dem ersten blick zumindest wie gesagt es kann sich natürlich alles noch verändern ich hoffe auch sehr stark und ich denke auch dass sich das noch verändern wird aber das hier sind tatsächlich alle tiere die wir haben das heißt wir haben nur hühner und schweine wir haben keine kühe wir haben keine schafe wir haben keine ziegen waren glaube ich nicht dabei keine rentiere und 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 die vermisst man doch sehr wenn man den ersten teil gespielt hat bei den fischen sieht es auch nicht anders aus bei den fischen gibt es allerdings mittlerweile eine änderung und zwar war es ja sonst immer so die kleinsten fische das sind jetzt hier die clowns fische ich glaube da hießen sie auch clowns fische im ersten teil die haben ja immer ich glaube eine halbe stunde gebraucht bis man die wieder angeln konnte das ist auch ungefähr das was ja ein bisschen weniger was sie im endeffekt jetzt haben keine halbe stunde weil es ist immer noch der jahreszyklus von 17 minuten insgesamt das heißt die hälfte davon sind dann achteinhalb minuten und zwei jahreszeiten wären diese achteinhalb minuten das heißt nach achteinhalb minuten kann man die clowns fische wieder angeln hört sich eigentlich alles soweit ganz gut an wenn da nicht noch weitere fische werden wie zum beispiel dieser kugelfisch der sieben jahreszeiten schon braucht bis man ihm wieder angeln kann oder dieser schwertfisch der zwölf jahreszeiten braucht also viermal quasi ne moment eine jahreszeit ist ja komplett rum also zwölf mal diese 17 minuten bis man ihn wieder angeln kann also mir kommt das jetzt unheimlich lange vor ich weiß nicht genau wie das mit den anderen fischen waren aber das kommt mir wirklich sehr sehr lange vor ja und halt das problem das sind die einzigen fische aber es gibt noch ein anderes problem was mir persönlich viel mehr aufstößt nämlich wenn wir uns mal den hinweis angucken zu den fischteichen dann steht da du kannst fischteiche verbinden um einen größeren teich zu erstellen und mehrere fische mit einer einzelnen aktion zu fischen ist soweit alles okay ist das was fahren together 1 immer ausgemacht hat das ist sehr positiv aber dann steht da sehr große fischteiche und das ist ein witz ehrlich gesagt für das was ich im ersten teil habe auf jeder einzelnen meiner knapp 20 25 oder 26 fahren die alle max level im endeffekt haben der max level von der farm her nicht ganz aber die alle komplett ausgebaut sind sehr große fischteiche in anführungszeichen über 16 kacheln das heißt man setzt einmal auf dann sind schon neun weg und dann darf man nur noch sieben felder zusätzlich machen dann hat man diese 16 kacheln also so verstehe ich es zumindest dass ein feld eine kachel ist bekommen eine progressiv steigende bestrafung und geben somit weniger ressourcen das heißt je größer euer fischteich ist egal ob jetzt mit einem fisch oder mit mehreren fischen ich glaube da wird kein unterschied gemacht weil es wird nur von fischteichen gesprochen je größer dieser fischteich fischteich ist also über 16 kacheln umso größer ist quasi der debuff den ihr bekommt also die bestrafung dazu und umso weniger erhaltet ihr dann gibt es aber natürlich auch hier zum beispiel ich habe die ganzen fischteiche hier so gelassen wie sie im original waren als ich den weg frei gemacht habe und siehe da das ist weit über 16 und wenn ich jetzt mal angel dann habe ich jetzt ich weiß es jetzt ich habe es nicht so oft schnelle gesehen das war jetzt sehr schnell ich habe 1000 bekommen und dann stand da noch was mit punkten und ich konnte jetzt leider nicht sehen was ich jetzt an fischen bekommen hatte aber das ist dann im endeffekt alles für die cats und das bin ich ganz ehrlich liebes team von farm together 2 ich liebe euren ersten teil ich habe alle dlcs gekauft ich habe für meine tochter alle dlcs gekauft mein freund hat ja nicht ganz alle dlcs aber die meisten wir lieben dieses spiel sowohl farm together 1 wie auch farm together 2 aber das ist wirklich ein eigentor denkt bitte noch mal darüber nach weil gerade diese automatisierung im endeffekt von dem ganzen die leute die bei uns auf der farm arbeiten die großen fischteiche die man machen kann ich meine ich habe in jedem meiner farmen in farm together 1 habe ich riesige fischteiche die alle von einem arbeiter bedient worden und das möchte ich auch weiterhin weil ich habe einfach keine lust jetzt hier alle fische einzeln zu fuß abzulaufen bin ich ganz ehrlich ich würde ja noch alle verbinden um dann einmal die angel rein zu halten und dann alles sage ich jetzt mal ab zu ernten darf ich aber auch nicht machen das heißt ich muss mehrere kleine fischteiche machen was natürlich sehr unlogisch ist und unsinnig ist kann ja mal hübsch aussehen aber auch die großen teiche sehen halt eben auch schön aus wenn man es richtig gestaltet und es geht nicht also schreibt es mir gerne in die kommentare wie ihr dazu steht ich persönlich finde das ist ein absolutes no go wenn man dieses in anführungszeichen diesen traum schon gelebt hat von dieser großen automatisierung im ersten teil sowohl von den fischen wie auch von den edelsteinen von ja im endeffekt auch vom geld wenn man so möchte weil man hat ja dann am ende diese tamarinden bäume hießen sie glaube ich bekommen also nicht am ende sondern zwischendurch und da hat man ja dann automatisch immer viel geld mitgemacht und mag sein dass man jetzt so viel geld vielleicht am ende nicht mehr so braucht im verhältnis dann ist es auch okay dass man sowas dann zum beispiel raus lässt aber diese automatisierung rauszulassen finde ich persönlich auf gut deutsch scheiße weil ich will mir nicht die arbeit machen die ganze zeit daran zu sitzen ich habe auch keine zeit dafür mich die ganze zeit daran zu setzen mal zwischendurch ja klar aber ich kann es halt nicht den ganzen tag weil also bei mir persönlich ist es zum beispiel so dass ich tagsüber teilweise eben nur zeit habe aufzunehmen für den channel dass ich noch sich andere sachen zu erledigen habe dass ich nur schreiben muss und hier und da und das muss ich alles unter einen hut bringen dann kommt natürlich noch meine tochter dazu die nur noch von a nach b gebracht wird und so weiter und so fort privatleben generell ne freund familie hund katze maus gut hier haben jetzt keine aber ihr wisst was ich meine da habe ich einfach nicht die zeit und früher war es dann einfach mal so dass man sagen konnte okay ich lass den pc an mach was anderes im hintergrund und lass meine fahr mal einfach drei stunden an damit ich dann das nächste ziel endlich mal wieder erreichen kann und das kann ich jetzt so vergessen und das finde ich ehrlich gesagt nicht gut ja kommen wir jetzt aber zu der nächsten erneuerung nämlich die stadt also ihr seht schon hier das ist so mein eingangsbereich sag ich mal das ist die alte bus haltestelle sage ich mal die sieht auch nice aus also generell so die grafik und so weiter da kann ich absolut nicht meckern das ist niedlich gemacht na gut das einzige was ich euch bei diesem thema noch kurz zeigen möchte das sind die hühner ich bin mir nicht sicher ob die crack geraucht haben oder ob die einfach zu viel nicht geschlafen ich finde die einfach nur gehen ja aber es ist nicht negativ gemeint ist es wirklich ja ich wollte ich das einfach mal zeigen von der grafik her aber so an sich die grafik ich finde es unheimlich süß gemacht und alles das ist alles kein thema das hier ist auch von der optik anders gemacht das war ja mal die ehemalige tankstelle jetzt sind es tankwagen und wie wir hier schon sehen können es gibt auch tatsächlich nur noch den einen das finde ich ein bisschen blöd ehrlich gesagt weil ich hätte lieber einen kleinen und großen gehabt und dann entsprechend zu der größe sage ich jetzt mal nochmal einen guten schub weil es nervt doch sehr dass man immer und immer wieder zurück muss und ich meine das ist ein riesen fahren ganz ehrlich ich kann mir aber nicht überall jetzt hier die dinger hinstellen weil ihr seht ja schon ich habe jetzt schon gar keine medaillen mehr und ich habe nur das nötigste im endeffekt hier gemacht was ihr machen könnt wenn ihr auf m drückt wenn ihr in eurer farm seid übrigens mit steuerung links könnt ihr ein bisschen rein zoom oder wieder ein bisschen raus so dass ihr mehr übersicht habt dann könnt ihr y drücken bzw hier oben drauf drücken mit zur stadt reisen das ist dann das hier das ist die karte dazu ich weiß gar nicht ob man da kann man jetzt nicht so also das ist dann die komplette karte ihr seht ihr schon an den symbolen in etwa was ich hier gebaut habe also bei mir jetzt hier in der nähe steht etwas für die tankstelle dann für obst gemüse fische weizen unter anderem da ist irgendwie sonstiges drin mit milch und eiern und so weiter da ist für blumen da ist für süßigkeiten da gehört dann auch der honig zu und das ist das lager und das zeige ich euch jetzt mal im einzelnen kurz und zwar ist das die tankstelle die im übrigen jetzt auch wieder voll ist hier aber mir fehlen halt immer noch die medaillons im moment geht es echt sehr sehr schleichend voran muss ich sagen allerdings muss man hier auch dazu sagen ich bin auch schon einige stufen mittlerweile hoch und ich habe jetzt eine kapazität von 300 ist immer das linke genau und es wird aufgefüllt mit 125 prozent ich habe halt gestartet mit 100 prozent und es ging immer fünf prozent höher was ich als extremst wenig erachte aber ich muss jetzt dazu sagen ich zeige euch noch kurz die verbesserung also da könnte man jetzt drauf drücken aber es geht natürlich nicht weil wir jetzt diese vier medaillons noch nicht haben hier unten könnt ihr dann sehen wir bräuchten vier medaillons und 68 zitrone die haben auf jeden fall noch genug da drin ich bin jetzt auf level 21 ich weiß nicht wie hoch jetzt hier das max level genau ist im zweiten teil ich denke mal das wird wahrscheinlich genauso sein wie im ersten teil sage ich euch dann wenn ich es erreicht habe ich persönlich finde dass ich verdammt wenig benzin bekomme und auch immer sehr sehr schnell das benzin weg geht und das finde ich schon blöd ich meine 21 ist noch sehr klein aber es ist jetzt kein level wo man jetzt sagen muss ich muss da jetzt alle zwei minuten wieder zurück zur basis und hoffen dass dann einigermaßen ein bisschen was ja wieder aufgebaut wurde jetzt seht ihr übrigens hier gerade ganz schön das zeige ich euch noch mal eben zwischendurch es gibt verschiedene symbole dahinten ist jetzt gar kein symbol dran gewesen weil ich nichts machen kann dann ist hier jetzt das symbol mit diesem ja mit dem werkzeug oben drauf das bedeutet dass ich eine verbesserung machen kann es gibt aber auch andere symbole nämlich dieses symbol mit der kiste das zeigt dass ich was verkaufen kann in diesem bereich das heißt wenn ihr hier rumlauft und gar kein symbol drauf ist dann braucht ihr gar nicht hinzugehen weil da könnt ihr eh nichts machen jetzt kann ich mal überlegen das ist jetzt das gemüse ja gut gemüse ist natürlich auch immer ich glaube beides werde ich nicht machen können wegen dem preis ihr seht hier unten wieder verbessern dann können wir dann draufklicken und dann wird hier alles angezeigt lagerkapazität oder sogar sehr klein fällt mir gerade auf der edelsteine was auch immer das jetzt heißen markt wird auf 55 erhöht das auffüllen ach so der edelsteine hier von dem kerl die meinen die damit genau also bei ihm kann man das zeige ich euch gleich nämlich auch was verkaufen und dafür kriegt man dann edelsteine und die kapazität wird dann quasi um einen verkauf erhöht das wird dann minimal schneller aufgefüllt also jetzt sind es 40 sekunden bei der nächsten stufe würden das dann nur noch 37 sekunden sein immerhin drei sekunden schneller jedes mal ja die stufe erhöht sich natürlich das ist klar und hier unten seht ihr dann aktuell habe ich das hier als lager was wahnsinnig wenig ist und das wäre der nächste punkt den ich sehr negativ finde man kann nicht mehr scheunen hinstellen um sein lager zu erhöhen und es dauert jetzt et los lange bis man seine lager wirklich erhöhen kann und das macht mich doch sehr traurig weil ihr seht die preise es geht hier auf level 7 bei einem einzigen laden da muss ich jetzt schon fast 17.000 für bezahlen ich habe jetzt gerade mal 41.000 verdient und ich bin den halben tag am grinden gewesen also es geht nicht schnell ich werde das auf jeden fall jetzt noch mal verbessern damit ich ein bisschen mehr gemüse dann auch lagern kann da ist es dann hier noch mal zusammen gerechnet insgesamt und hier seht ihr schon die billig umwandlung sage ich jetzt mal von farm together eins die man dann in dem einen haus machen konnte ich bin gerade nicht drauf rathaus war es nicht es ist anders hier kann man dann die sachen anklicken ich glaube salat brauche ich sogar noch also nehme ich jetzt mal hier zwei und ihr seht hier unten gehen diese edelstein bestände runter und wenn das dann einmal ganz unten ist dann ist sense dann wird wieder aufgefüllten hier unten seht ihr ja es wird jetzt in drei sekunden aufgefüllt da müssten wieder fünf dazu kommen genau hier sind wieder fünf dazu gekommen und so läuft das halt den ganzen tag und jetzt ist auch das symbol anders weil ich kann jetzt keine verbesserung mehr machen ich kann jetzt nur noch was verkaufen übrigens diese läden hier die müsst ihr selber bauen wenn ihr ich hoffe ich finde jetzt hier noch eine freie stelle ja genau hier wenn ihr diese ich weiß nicht was das für eine sprache darstellen soll diese fantasie sprache hier mit dem häuschen an der wand zieht dann könnt ihr da draufklicken oder auch q drücken damit ihr das sehen könnt und dann könnt ihr hier gucken ja ich kann noch was bauen wir können uns noch zwei sachen bauen also jetzt nicht bei dem level aber hier wäre dann noch mal einmal was für kleidung also für stoffe sage ich jetzt mal sie zumindest so aus wie ein kleider laden und das wichtigste ist das hier weil wenn ihr das gebaut habt auf level 30 dann könnt ihr nämlich dieses terraforming machen das heißt ich weiß leider noch nicht genau wie es stattfindet ich habe jetzt nur davon gelesen aber ihr werdet dann die möglichkeit bekommen einen ja ich sag mal einen kleinen heli zu fliegen und da könnt ihr damit einstellen dass ihr dann markiert was möchte ich verändert haben in was möchte ich das ganze verändern möchte ich das flacher haben und so weiter und ich denke mal meine hauptfarm wird eine flache farm werden oder zumindest größtenteils eine flache farm werden vielleicht werde ich irgendwas erhöht machen wie die bäume oder sowas das da bin ich mir jetzt noch nicht sicher und ja ehrlich gesagt weiß ich hier auch gar nicht was ich mit dem ganzen platz überhaupt anfangen soll weil wir halt nichts haben was wir da hinstellen können weil wir ja diesen debuff zum beispiel bei den fischen bekommen ja und wir haben jetzt hier auf jeden fall die edelsteiner das heißt wir bauen das und das sieht dann so aus und normalerweise sollte man drin stehen beziehungsweise davor stehen solltet ihr mal quasi hinter den scheiben baggen dann drückt ihr einfach m geht zur farm reisen und reist dann nachher wieder nach hier und dann seid ihr auch draußen also keine panik ihr müsst dafür nicht das spiel schließen das geht auch so ja und hier können wir direkt schon wieder drauf drücken ich denke mal ohne ein verbessern können wir es nicht wir sehen hier unten aber zum beispiel auch was neues wobei das wahnsinnig teuer ist direkt die erste stufe kostet 17.500 und zwei bilder das ist heftig wir sehen das hier ach so ich kann jetzt nicht drauf zeigen wir haben zum beispiel noten oder dieses eingerahmte das sind meines wissens nach bilder ich habe es noch nicht freigeschaltet ich bin noch am leveln aber ich meine es sind bilder und zum beispiel das wo ich jetzt 8 von 15 stehen habe in der zweiten reihe das letzte vorletzte ganz unten das ist ein gemischter salat den können wir kochen kochen in anführungszeichen den können wir bei uns am ofen herstellen und das ist letztendlich auch unsere währung hier mit der wir dann aufleveln können ich habe jetzt schon acht hergestellt deswegen kann ich jetzt auch verbesserungen machen dann seht ihr hier zum beispiel das lagerhaus das regt mich am meisten auf weil wie man sieht für die nächste verbesserung und das ist die aller erste verbesserung die ich jetzt in dem lagerhaus machen könnte brauche ich zwei salate deswegen habe ich mir schon mal welche hergestellt und zwei medaillen da medaillen hier offenbar aber noch rarer sind als im ersten teil und man anscheinend auch keine möglichkeit hat die schneller zu bekommen da komme ich gleich noch mal eben zu nervt mich das extrem weil gerade das lagerhaus ist nämlich was was für uns essentiell wichtig ist im laufe des spiels und da nervt es einen natürlich schon dass man das eine ganze weile nicht verbessern kann man kann es auch erst später machen das war glaube ich jetzt vor zwei stufen also vor zwei level ups irgendwann dass ich das lagerhaus erst machen konnte das ist das letzte glaube ich was ich gebaut hatte jetzt vor den pilzen und wie man hier sieht das lager wird gerade mal von einer kapazität von 30 auf 40 hoch gesetzt also um zehn plätze nur hoch gesetzt und ganz ehrlich das ist albern mir fällt gerade kein anderes wort dazu ein also es tut mir wirklich leid jetzt ist die frage hier sind süßigkeiten die brauchen wir eigentlich nicht so wir können ja gerade mal mit einem sprechen richard fragt wie läuft die farm ich hoffe dass sie dir viel ertrag bringt ja das war es dann wenn man so mit denen spricht also man hat auch nichts wo man jetzt irgendwie levelt oder sowas vielleicht wird das noch gemacht weiß ich nicht aber aktuell ist es zumindest nicht so dass man da in eine beziehung aufbauen kann oder ähnliches und hier seht ihr dann auch noch mal den obst stand also da habe ich zumindest schon mal so weit hoch gelevelt dass ich hier auf 120 bin den könnte ich jetzt auch noch mal verbessern und ja das übliche na es wird noch mal eine lagerkapazität für einen auftrag mehr dann reingesetzt die werden um zehn noch mal erhöht pro ja platz sage ich mal den mann hier belegen kann kostet mich aber jetzt schon 13.730 und 44 weizen ich mache das jetzt weil ich brauche es nun mal aber es ist wirklich heftig und ihr seht jetzt hier ich habe immer noch für drei aufträge hier habe ich noch was zu verkaufen ich könnte hier noch mal zwölf aufträge verkaufen da auch noch mal drei und ich habe immer noch keine Diamanten die ich dann hier kriege ich meine gut jetzt ist es nochmal zurückgegangen also es fühlt sich das hat sich jetzt ein bisschen schneller aufgefüllt aber das war jetzt nur weil es noch ein bisschen restbestand ist ja und so geht das hier halt überall und ich muss sagen ich finde es süß ich finde es auch nett gemacht dass sich das so ein bisschen ändert dass man mal ein bisschen was anderes rein bringt und so aber ich bin nicht ganz zufrieden damit also eben aus den besagten gründen was ich schon ja eben alles angebracht habe auch jetzt hier die erste erweiterung nach dem bau und dann 17.500 ich meine gut es ist für was wo ich halt nicht so viel von habe aber ich finde es schon ja extrem anders kann ich das nicht sagen ich finde es extrem hier habe ich zum beispiel dass ich den weizen dann auch verkaufen kann ich verkaufe meistens alles es sei denn dass ich ein haus bauen will oder so auch die sachen wo ich jetzt genau weiß die brauche ich noch zum beispiel irgendwas zu kochen oder so da lasse ich entweder ein bisschen was drin oder eben ich lass nichts drin weil ich weiß dass das halt schnell wieder rein kommt ja wieder zurück auf der farm wollte ich euch aber zumindest auch mal ein bisschen was positives zeigen nein die anderen sachen war natürlich auch teils positiv als war auch eine neuerung und so ich finde es auch sehr schön gemacht es sind halt nur ein paar sachen dabei die mich stören es ist nicht so dass es dadurch das spiel schlechter macht ich hoffe dass das auch dass man zumindest eine lösung findet ja die für beide seiten gut sind und ich bin ganz ehrlich gerade den ersten teil ich habe von jedem der den ersten teil spielt also bis heute teilweise noch spielt habe ich immer nur gutes gehört und habe ich immer also bis auf das vielleicht nicht mehr so viel neues kam am ende dann wieder ein bisschen mehr aber ansonsten ich habe halt nur positives gehört dass man das ganze automatisieren kann und alles dass sie trotzdem viel zeit natürlich im spiel verbringen trotz automatisierung und da muss ich dann ganz ehrlich sagen da verstehe ich da nicht warum man gerade sowas essentielles dann raus macht ja was ich euch aber mal kurz zeigen wollte die schnelligkeit mit der wir jetzt abenden können ich würde sagen ich mache das ich zeige das mal eben hier anhand der kartoffeln ich habe jetzt hier rote kartoffeln und normalerweise ist es ja so man fährt dahin man macht bumm 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 so ungefähr mit der geschwindigkeit wir fahren jetzt aber hin können das so schnell hinternahm machen und ich bin mir nicht sicher aber ich würde sagen es ist mindestens doppelt so schnell wenn nicht sogar dreimal so schnell und man kann sogar noch umstellen was ich jetzt hier natürlich schlecht zeigen kann es gibt noch eine möglichkeit nämlich wenn ihr auf dem traktor sitzt ganz unten steht es der traktor hat auch einen speziellen arbeitsmodus um auf großen feldern zu arbeiten aktiviere ihn indem du linke shift taste drückst so jetzt habe ich hier leider natürlich keine großen felder das einzige wo ich das mal ausprobieren könnte wo ich aber nicht glaube dass es funktioniert wäre hier bei den bäumen wenn ich da jetzt doch da geht es auch wenn ich da die linke shift taste einmal drücke ich mache nichts ich habe nichts fest dann fährt der einmal hier komplett durch so und ich glaube das war jetzt auch der schuldige weshalb ich auf einmal ganz viel gebaut hatte bei mir im let's play wenn ich jetzt hier nochmal einmal gedrückt habe fährt der hier kommt also ich kann auch so ein bisschen steuern ne kann ich eigentlich nicht steuern ich kann nur meinen blickwinkel steuern und dann fährt der automatisch geradeaus hier durch und macht quasi alles also ist für die faulen sage ich jetzt mal die dann zwischendurch nicht drücken wollen die drücken dann halt einmal kurz shift und ich habe jetzt wieder nichts in der hand sondern es fährt einfach nur weiter also finde ich keine schlechte idee also es ist eine kleinigkeit aber es ist auf jeden fall etwas was man auch mal erwähnen muss und was ich gar nicht mal so schlecht finde wo wir gerade beim thema traktor sind gibt es auch noch eine andere erneuerung und zwar wieso habe ich jetzt die ganze zeit die markierung hier drin und zwar war es meines wissens nach so dass es im ersten teil nicht möglich war wenn man sich jetzt zum beispiel hingestellt hat mal eben was zu essen gemacht hat oder keine ahnung auf toilette gegangen ist was weiß ich geduscht hat was weiß ich was dass man dann automatisch wieder neues benzin hatte das ist jetzt aber hier also wenn ihr jetzt genau oben diese diesen balken sage ich jetzt mal beobachtet dann werdet ihr wahrscheinlich nicht allzu viel feststellen aber gerade hat so einen ganz kleinen schub hoch gemacht das ist auch nicht viel muss man dazu sagen aber uns ist aufgefallen dass nach einer gewissen zeit halt eben der tank dann doch wieder voll ist und das finde ich auch eine sehr gute sache weil man muss nicht die ganze zeit warten um eben den tank nochmal aufzufüllen sondern man kann ja zwischendurch dann ich sag mal vielleicht so zwei drei felder mal mit der hand machen zur not und dann wenn sich ein bisschen wieder aufgefüllt hat dann kann man wieder ein zwei sachen so machen und das finde ich auf jeden fall eine sehr sehr gute verbesserung und da muss ich dann auch ganz ehrlich daumen nach oben geben eine sache die mir allerdings auch noch aufgefallen ist ich war heute das erste mal ja das zweite mal eigentlich also einmal war ich beim epi auf der farm da habe ich ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet und auch nicht so viel gemacht aber ich war heute das erste mal auf einer anderen farm die ungefähr so groß war wie meine ich glaube ein bisschen größer und da ist mir aufgefallen oder besser gesagt nichts aufgefallen weil ich konnte nirgendwo was entdecken da ist mir aufgefallen dass anscheinend auch dieser xp boost rausgenommen worden ist normalerweise war es so wenn man jetzt ich kann es natürlich nicht zeigen wenn man oben links guckt ich weiß nicht mehr genau ich glaube das war quasi da wo jetzt mein benzin ist nehme ich mal an so auf teil 1 bezogen da konnte man dann immer sehen wie sich sowas aufgefüllt hat so ein zweiter balken war das glaube ich wie jetzt da von dem benzin sowas halbrundes oder ein stern ich weiß es nicht mehr genau auf jeden fall war es eine anzeige die hat sich dann aufgefüllt und die konnte man bis zum maximum ich glaube von 32 minuten oder sowas machen und dann hat man immer einen wahnsinnigen xp boost bekommen ich weiß nicht warum vielleicht haben die macher von farm together jetzt ein bisschen angst gehabt dass man zu schnell aufleveln könnte oder so ich habe absolut keine ahnung ich meine sind wir mal ganz ehrlich wen interessiert das ob man jetzt schnell hochlevelt ob man sich hoch grindet oder ob man nicht schnell hochlevelt ich sage mal mit ein bisschen erfahrung weiß man ohnehin welche sachen man anbauen muss um eben schneller xp zu bekommen als bei anderen sachen bei mir habe ich es teils so teils so gemacht wegen dem geld weil ich halt im moment natürlich auch noch nicht so viel geld habe und ich habe das so ein bisschen gemischt angelegt dass ich habe jetzt angefangen die felder zu machen mit dem weizen die habt ihr glaube ich eben auch schon gesehen da hinten habe ich so ein bisschen angefangen hatte dann aber auch nicht mehr so viel geld und habe dann dementsprechend natürlich noch nicht so viele felder davon gemacht und andere felder habe ich dann so angelegt dass ich dann entsprechend die ressourcen ein bisschen bekomme die ich halt eben brauche zum einsammeln beziehungsweise zum verkaufen um dann wieder edelsteine zu bekommen und 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 dadurch kriegt man natürlich dann auch wieder ein bisschen schneller die xp sowohl das level von der farm dann natürlich hoch wie auch das level von einem selber und natürlich bei anderen auf die farm gehen dann kriegt man das eigene level hoch das von seiner farm natürlich nicht aber das von anderen steigt dann beziehungsweise nicht das von der eigenen farm das steigt nicht aber das level von der person also von euch selber das steigt so rum wenn ihr auf anderen farmen etwas macht und das ist natürlich immer noch etwas positives auch wenn es natürlich jetzt kein boost mehr gibt finde ich schade finde ich jetzt nicht so schlimm weil ich habe ich selten sage ich jetzt mal was woanders gemacht ich habe es dann eher ausgenutzt bei den gerberas und anhand der form ich weiß nicht wie ihr das seht anhand der form ist mir nicht aufgefallen dass wir gerberas wieder bekommen könnten das sind so diese diese vorgänger sage ich mal davon aber gerberas glaube ich bekommen wir nicht mehr was ich persönlich wahnsinnig wahnsinnig schade finde ich weiß nicht was das ist das könnte vielleicht die schwarze tulpe werden ist nur eine mutmaßung weil jetzt hier auch noch mal sowas ist von der farbe oder das ist vielleicht die schwarze tulpe ich habe absolut keine ahnung aber wie gesagt es wird dann auch noch mal ein update video geben wenn ich tatsächlich alles freigeschaltet habe vielleicht habe ich bis dahin auch noch mal was mehr rausgefunden ob denn noch weitere sachen kommen ich werde auf jeden fall auch noch mal eine entsprechende frage bei steam reinsetzen und ja abschließend hätte ich vielleicht noch eine kleinigkeit zu sagen es ist wirklich eine kleinigkeit dass es nichts schlimmes aber es ist was was ihr auf jeden fall wissen solltet man kann also wir haben hier wie sonst auch habe ich mich jetzt erschrocken dass das stuhl stand wie sonst auch zwei öfen wo man halt eben essen dran machen kann ich kann euch das übrigens mal eben zeigen das ist ja gerade fertig ich habe hier nur vier sachen ich weiß nicht was das jetzt genau ist hier ist aber gehört aber auch zum salat irgendwie also es gibt hier diese zwei symbole einmal den kochtopf das sind diese beiden sachen hier da müsst ihr dann selber entscheiden was davon jetzt macht ob ihr was macht wo ihr ein bisschen mehr rausbekommt oder vielleicht habt ihr gerade keine eier dann nehmt ihr halt einfach obst Obst hat man ja quasi immer oder halt eben diese ja ich sag mal salat symbole ich habe jetzt von den salaten hier viel gemacht weil ich ja auch noch nicht auf 26 bin und auch noch nicht weiß was das jetzt hier bringt aber das ist alles wir hätten so viel schöne auswahl und so das ist alles ich hoffe wirklich in ständig dass sich das noch gibt und dass da noch mehr dazu kommen kann ich nur so als kleine anregung wirklich an die macher bringen ach da seht ihr übrigens auch die arbeitsschritte nochmal oben drüber da müsst ihr dann nochmal einmal wiederkommen und nochmal draufklicken hier bei dem spiegelei und beim ratatouille müsst ihr insgesamt dreimal das ganze machen beim gartensalat allerdings ne apfelsalat ist es, Entschuldigung da müsst ihr nur einmal das ganze machen das heißt ihr schmeißt das dann rein ich mache das jetzt mal eben hier rein ihr nehmt jetzt hier den gartensalat raus schmeißt den neuen rein und dann braucht ihr nichts mehr zu machen sondern einfach nur wiederkommen nach drei minuten oder einfach stehen bleiben und dann könnt ihr das ganze abholen ja und hier mit der staffelei das zeige ich euch auch nochmal eben ganz kurz da ist es vergleichsweise eigentlich sogar ein bisschen mehr und zwar haben wir jetzt hier sechs stück insgesamt die ich natürlich auch noch freischalten muss und ihr seht schon hier oben das ist ein unterschied das ist das einzige bild mit diesen naja ich weiß nicht eine blume wird es wahrscheinlich sein sollen und die anderen seht ihr hier oben das sind alles diese porträt gemälde das heißt ihr könnt nur dieses eine hier machen um halt wirklich diese hier zu leveln dass ihr davon mehr habt oder halt eben da aussuchen was ihr gerade möchtet wenn ihr die freigeschaltet habt um dann diese diese porträt gemälde zu machen was mir aufgefallen ist und was ich ein bisschen blöd finde ist eine kleinigkeit wie gesagt aber ist trotzdem ein bisschen doof man kann die beiden öfen oder einen davon zum beispiel nicht in den gleichen raum stellen wie diese staffelei dann sagt der direkt ist nicht machbar darf man nicht nach dem motto schiebt das ding noch in einen anderen raum finde ich ein bisschen blöd ist wie gesagt nur eine kleinigkeit also ich finde es jetzt auch nicht schlimm ich wollte es aber trotzdem mal erwähnt haben weil das natürlich auch etwas ist was man jetzt so vom original nicht kennt da konnte man oder hatte man noch die freiheit wirklich alles in jeden raum zu stellen wurde da nicht gegängelt so nach dem motto ja ihr dürft jetzt aber nicht in der küche malen oder sowas aber wie gesagt es ist nur eine kleinigkeit es macht für mich das spiel auch nicht schlechter absolut nicht auch die anderen sachen die ich euch genannt habe machen für mich das spiel nicht schlechter das möchte ich hiermit nochmal betonen es macht es nur anders ich finde das spiel trotzdem unheimlich süß es hat ein riesen potenzial ich finde persönlich dass es sehr unterschätzt wird aber und das muss ich auch fairer halber sagen die macher haben uns wenn das so bleiben sollte wie es bis jetzt ist es kann natürlich immer noch sein dass was dazu kommt ich bin mir jetzt auch nicht sicher ob es noch im early access ist oder schon komplett draußen ist wir haben uns natürlich großes stück freiheit sage ich jetzt mal weggenommen bei dem spiel weil man nichts mehr autorisieren kann weil man keine großen farben mehr machen kann von fischen ich meine sei jetzt mal alles dahingestellt dass man nicht mehr so viele fische hat und so weiter finde ich sehr sehr schade ist natürlich die art viel artenvielfalt und so ist damit natürlich immer so ein bisschen dahin in anführungszeichen aber grundsätzlich ist es ja so das macht trotzdem spaß aber wenn man das nicht mehr so spielen kann wie man es gewohnt ist vom ersten teil wie man es wirklich geliebt hat mit dieser ganzen automation es war ja auch nicht so dass man das mal ebenso bekommt sondern es ist tatsächlich nur wenn man darauf hingearbeitet hat wenn man das entsprechende level hatte wenn man die medaillen hat um die einzustellen wenn man ich weiß nicht mehr was es war hatte das war ja so eine währung aus dem haus um die dann zu bezahlen mit diesen scheinen das war so ein geiles system und ich finde es ehrlich gesagt sehr sehr schade dass das nicht mehr existiert was wir natürlich hier auch noch haben das möchte ich noch mal kurz sagen damit ich das damit das nicht falsch rüberkommt wir haben noch ein klavier ich vermute dass wir das jetzt auch wieder nicht mit den anderen in einen raum stellen dürfen so dass wir immer durch alle räume durch latschen müssen das war natürlich früher einfacher gerade wenn man dann anfangs gebaut hat später hat man es ja schöner hingestellt wir haben nicht so viele sachen jetzt aktuell kann natürlich sein dass da entsprechend neue sachen dann auch noch kommen ihr seht übrigens hier unten variante 1 variante 2 das heißt wenn ihr irgendwo mit der maus drauf gegangen seid könnt ihr die andere variante nehmen in dem fall wäre das jetzt ein schwarzer stuhl oder hier wäre das jetzt eine pinke variante vom bett eine pinke variante von der couch eine pinke variante oder ein schwarzes bett also warum das schwarz ist verstehe ich nicht ich denke mal dass das wohl ein bug ist dass das wohl so wie hier sein soll das könnt ihr nicht mit allen möbeln machen aber wie ihr seht ihr könnt das mit vielen machen und ja gut die habe ich jetzt noch nicht freigeschaltet da gibt es noch ein bügeleisen beispielsweise sind schon ein paar süße sachen dabei es sind nur halt natürlich nicht so viele wie im original also sprich wie in teil 1 ich hoffe aber inständig dass sich da noch was tut und dass dann dementsprechend natürlich auch die vielfalt größer sein wird hier kann man doch da kann man sich das mal angucken wie die sein werden die man noch freischalten kann das tut mir im auge weh das ist noch besser aber das hier finde ich immer ganz schrecklich mit ganz vielen kleinen grauen sage ich jetzt mal karos drin ja und eine tür jetzt aktuell wie gesagt da gehe ich schon aus dass da sich auf jeden fall noch was tut und dass da noch so einiges dazu kommt ja das war es dann auch schon für heute ich weiß das video ist ein bisschen länger geworden aber ich wollte wirklich alles reinbringen was mir so aufgefallen ist wie gesagt schreibt es gerne in die kommentare was ihr von den änderungen hält auch gerne ob ihr denkt dass sich das ganze noch ein bisschen relativieren wird also sprich dass da noch was dran getan wird wie beispielsweise dass wir doch ja sehr wenig tiere haben aktuell ich meine wir haben nur schweine und hühner das finde ich schon sehr sehr schade bin ich ganz ehrlich aber es kann natürlich wirklich sein weil es halt eben noch am anfang ist vielleicht sollte das auch schnell rauskommen oder ähnliches dass dann da noch dran gearbeitet wird und entsprechend ja dann ein schönes update oder mehrere schöne updates dann kommen dass das ganze dann noch erweitert wurde und dass wir vielleicht noch mehr häuser bauen können wo wir dann auch wieder gleichzeitig mehr parallel arbeiten können und so weiter das fände ich wirklich klasse ich weiß nicht genau in welche richtung die entwickler gedacht haben ich denke mal oder ich vermute halt mal dass die das eher so gedacht haben dass wenn man weniger drin hat ist aber teurer hat und keine hilfe mehr im sinne von automation dass die leute dann vielleicht mehr spielen sehe ich nicht so eher das gegenteil weil dann irgendwann natürlich genervt rausgegangen wird und man hat nie genervt ist das falsche wort weil dann nicht mehr neben beide rechner läuft wo eigentlich ja die stunden herkommen würden was dann wiederum positiv natürlich für das spiel wäre sondern weil man tatsächlich nur noch im spiel ist wenn man auch wirklich was machen kann und ja da sind die stunden dann natürlich wesentlich geringer als wenn man das dann anlässt damit es dann automatisiert alles weiter läuft aber gut man steckt nicht in den köpfen drin was die sich gedacht haben weiß ich nicht vielleicht wie gesagt wird es noch relativiert vielleicht kommt dann noch was schönes hinzu wo wir uns alle darüber freuen können ich bin auf jeden fall guter dinge und das spiel ist jetzt auch nicht so teuer gewesen ich habe es jetzt im angebot für knapp 17 euro geholt und ganz ehrlich damit bin ich auf jeden fall zufrieden ich denke mal dass das preislich auch ungefähr alles wenn jetzt noch DLCs kommen werden wovon ich ausgehe dass das dann etwa so preislich läuft wie im ersten teil hoffe ich zumindest dass das nicht teurer wird und ja ich denke mir mal dass wir uns da auf jeden fall auch noch auf einiges gefasst machen können im moment ist auch noch nicht so viel vom leveln dabei so klamottenmäßig und so weiter aber ich bin ja schon froh letztendlich dass ich schon lange haare haben kann ich meine das war in farm together nie ein problem aber in anderen spielen hat man ja neuerdings teilweise gar keine langen haare mehr und ich denke mir ja was machen jetzt die 90 prozent frauen die ich kenne die lange haare haben die können sich keinen avatar mehr erstellen weil den macht man ja in der regel immer so ein bisschen in der richtung von der optik her wie man eben selber ist und ja ich finde die klamotten zwar ganz schön die sie trägt aber ich habe sie nicht so eine jacke hatte ich mal in schwarz weiß aber das war es dann auch das soll es auch für heute gewesen sein mit dem video schreibt mir gerne in die kommentare eure gedanken zu dem ganzen und wie gesagt es wird nochmal ein update video kommen was dann wesentlich mehr auf den punkt sein wird und vermutlich auch wesentlich kürzer sein wird wenn ich alles soweit frei gelevelt habe und vielleicht habe ich auch nochmal eine information dann dazu ja was von den entwicklern so geplant ist ich werde das ganze auf jeden fall verfolgen bis zum nächsten video ciao vielen dank für dein like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren bis zum nächsten Mal